Prozent soll jetzt das ist noch die mit Kuchen als wir waren ja letztes Mal hier hier und haben da oder sind da ja ein paar mal gestorben nun kann passieren dessen das haben wir fertig so kann ich jetzt auch mal entfernen und wir befinden uns hier den Tum haben wir das haben wir alles schon deshalb weiß ich nicht ob man die dieses das was ich hier und die Landschaft hier mehr entdecken sollen sie schon ziemlich ziemlich weit weg okay ich würde sagen dass wir ihnen die sich die Weg fahren also hier so Marke zerstörte nehmen mich immer halt ist so da nach unten das heißt ich brauche ein Boot hier gerade ist nach unten hier stimmt das habe ich noch nicht gemacht da muss ich noch zu machen das ist das lager würde man schon von außen sehen und das wäre ich halt ein bisschen kacke sonst deshalb werden wir das oder werde ich das wahrscheinlich auch wieder ja okay mal gucken ob wir noch Zeit haben oder nicht aber ich werde jetzt hier erst mal lol aber was ist denn jetzt das hat doch schon immer geklappt jetzt habe ich keine Axt dabei nein oh man das war jetzt halt ein bisschen dumm ich weiß auch nicht warum aber ich kann mich erinnern dass es sonst immer ging also dass wir sonst immer durchfahren konnten kann ich natürlich auch komplett irren was ist das da hinten das sind die hohen Bäume hä wo ist denn das das ist da hier ach ja stimmt da wollten wir auch noch hin stimmt 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 ich glaube mich zu erinnern los geht's ich habe einfach mal mehr gemacht falls naja man weiß bei mir nie deshalb mache ich immer gerne mehr siehste genau deshalb und da begegnet uns dann gleich schon ein turm jetzt weiß ich nicht ob ich ich habe jetzt natürlich kein baumaterial nichts mit da muss ich vielleicht erst mal sammeln muss ich vielleicht erst mal sammeln so warte was was ist denn das ist das ein stein ich nehme ich jetzt einfach mal mit dass wir hier ein bisschen baumaterial haben für die türme da hinten sehe ich so eine riesen tanne das ich nehme jetzt einfach davon ein steck mit ich weiß ja nicht für was wir das alles brauchen noch jetzt habe ich mein Inventar sortiert meine Güte bin ich dumm so jetzt 1 weg 2 weg reingucken ja gut ja gut weg so wow ist das scheiße viel drin das lohnt sich ja richtig so der hat glaube ich eine karotte fallen lassen boah das ist denn da ist kein schabnis drauf gell ok ok aber ok johann nun nehme ich jetzt mal nicht mit interessiert mich nicht das wo's warte warte ist grad warte ist grad die die diese oh alter warte ist grad diese diese na fuck wie heißt der denn diese Gast nee nicht die Gast haren ihr wisst was ich meinen vorlesen ist nach dem kino der ich weiß selber nicht wir haben es für uns ja so den scheiß london muss ich kein schwein brucht ich will mal gucken wie viel schaden die ich bin mir zu machen so einmal weg zweimal weg Prozent für wer kommt es im Augenblick weiter das ist echt uncool mit dem vergiften muss ich echt sagen ich bin weg jetzt russi was war das was war das ist ich hier nehme ich alles mit Meteorit Boots finde ich gut kann man was mitmachen bestimmt einfach mal rein laufen durch die Spawner-up-Born bekommt man ja aus viel okay das sind immer noch ein Löcher es muss sich nicht früher ich dachte es nicht vergessen immer nach oben zu schauen mein Gott so mächtiger Zombie alter oh man was sind jetzt da schon wieder getroppt so viel Rüstung so okay die packt da durch so